Wir erzählen Ihnen etwas über die Geschichte eines Unternehmens, das aus einem Traum hervorgegangen ist. Die Play Willy wurde vor über 20 Jahren in die Welt der Kindergeburtstage geboren und ist jedes Jahr gewachsen, um schließlich zum europaweit größten Hersteller für Playground-Spielhäuser, Trampoline, Hüpfburgen und sämtlichen Bedarf für Spielparks und Vergnügungszentren zu werden. Unsere Erfahrung hat dazu geführt, dass wir jedes einzelne Produkt mit den Augen eines Kindes und der Fürsorge eines Elternteils entwerfen. Dabei kümmern wir uns um jedes kleine grafische Detail und achten gleichzeitig aufmerksam auf alle geltenden Vorschriften. Wir bei der Play Willy entwickeln jedes Projekt unserer Kunden als wäre es unser eigenes, in dem wir uns um jedes kleinste ästhetische und wirtschaftliche Detail kümmern. Jedes einzelne Produkt, vom Trampolin bis zum Playground-Spielhaus, kann in allen Teilen kundengerecht angepasst werden und der gesamte Produktionsprozess findet in unserem Werk statt. Unsere Warenlager sind stets mit versandbereiter Ware gefüllt und durch die Partnerschaft mit den größeren Versandunternehmen können unsere Produkte innerhalb von wenigen Tagen in die ganze Welt geliefert werden. Die Play Willy ist das einzige europäische Unternehmen der Branche, das einen Direktvertrieb verfolgt. Unser Vertrieb erfolgt direkt von der Fabrik zum Kunden, weshalb alle Kosten für Unter- und Zwischenhändler, Verkäufer, externe Lieferanten und Vertreter wegfallen, was für den Kunden eine Ersparnis von rund 40% bedeutet. Viele Kunden aus der ganzen Welt besuchen uns an unserem Standort, wo sie von unseren freundlichen Mitarbeitern der folgenden Abteilungen empfangen werden. Kundenservice, Planung, Projektmanagement, Marketing, Produktionstechnik Sie erleben persönlich jede einzelne Produktionsphase und wählen zusammen mit uns Motive, Farben und Größen aus. Die verwendeten Materialien entsprechen strengstens der CE-Norm und alle Verarbeitungsschritte werden gewissenhaft von unseren Produktionsmitarbeitern durchgeführt. Mit Play Willy stellen Sie sich bei uns vor Ort oder bequem von zu Hause aus Ihren eigenen Spielplatz zusammen. Und in nur zwei Tagen erhalten Sie von unserer Designabteilung eine kostenlose Service-3D-Projektion mit den besten Lösungen für den verfügbaren Raum. Dies ermöglicht einen wirklich umfassenden und vollständigen Überblick über die einzelnen Produkte. Mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 5000 Quadratmetern ist die Play Willy schon seit langem das größte Unternehmen der Branche, bei dem Kunden verschiedene Spielzeugmöglichkeiten sehen und ausprobieren können. Play Willy steht seit über 20 Jahren im Dienst unserer großartigen kleinen Kunden. Per 2013 USB oh irger gibt in klar